Was geht, Freunde? Heute wird endlich wieder Headsocker gespielt. Wir haben ja hier beim ersten Part schon einige besiegt und jetzt geht's weiter. Wir müssen gegen Argentinien ran, wo wir das letzte Mal 4 zu 8 verloren haben. Das lassen wir uns nicht gefallen. Wir probieren es direkt nochmal. So, komm mal her. Ziel ist es, wieder mehr Tore zu machen als der Gegner. Wir haben das das letzte Mal eigentlich ziemlich gut gemacht. Das hat mich sehr überrascht, dass wir das Arcade-System wirklich relativ schnell gut hinbekommen haben. Aber bei Argentinien, ja, damals doch ein bisschen gefailt. Könnte auch sein, dass ich schneiden muss bei den Videos. Mal sehen. Nope. Nein, du! Ist gemein. Okay, come on. Aber er springt, oder? Ja, natürlich springt er. Natürlich springt der Argentinier. So. Oh, nö, 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 nö. Ah, wir müssen aufpassen, aufpassen. Nein, nein, oh, nee. 2-0 vorne. Und das ist noch 20 Sekunden zu spielen. Das kann noch was werden. Aber ich bin mir nicht sicher. Ja, mach du. Ah, okay, dann ich. Das wird nichts. Oh, doch, 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 doch. Ich habe wieder Hoffnung, Leute. Okay. Hm, Hoffnung begraben. Immer noch nicht. Ich kann es noch schaffen. Jawoll! Schönes Tor. Drei zu drei. Junge, was ist das denn? Oh, mich regt das auf. Oh, Schott! Oh, nö. Ja, der war gut. Der war gut, der Treffer. Vier zu vier. Boah! Yes, wir haben gewonnen! Wir haben gewonnen, Leute. Boah! Sehr gut. Fünf zu vier. Fünf zu vier, Leute. Haben wir gewonnen. Jetzt kommt der nächste Gegner. Italien. Okay. Da bin ich auch mal sehr gespannt, wie das wird. So, machen wir erstmal Italien platt, ne? Italien ist ja auch eine Fußballmacht. Relativ starkes Land. Im Fußball. So, Vorsicht! Hm, genau das wollte ich vermeiden. Och, der kann den Ball groß machen, der Moin. Okay, 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 ist okay, ist okay, Italien, ist okay. Ja. Okay, so war das eigentlich nicht geplant. Was sie... Alter, wir werden hier ganz klar durchgenommen. Verdammt, 3-0. Das ist... Nein! 4-0. Also, das läuft grad gar nicht. Läuft ja wie in echt. Südkorea, gar keine Chance gegen Italien. Weil Italien, keine Ahnung, wie die bei der WM 2022 abschneiden werden. Die ist ja schon in einem Jahr. Die müsste auf 2023 verschoben werden, oder? Die EM ist doch 2021. Hä? Ja, durch Corona hat sich die ja verschoben. Ja, ist keine Ahnung mehr. 1-5 verloren. Das war... Oh Gott, danach kommt Brasilien. Wollt ihr mich... Brasilien, das mächtigste Fußballland der Welt? Oh Gott. Jetzt... Wird's hardcore. Jetzt kommen schon fast unmögliche Aufgaben für Südkorea. Ja, Südkorea ist doch nicht so gut im Fußball. Und da darf man Italien und Brasilien schlagen. Die hier tatsächlich noch so niedrig gerankt sind. Ich weiß, dass Schweiz und Österreich ziemlich gut sind in Headsoccer. Oh, nee. Yes. 1-1. Das sieht doch jetzt schon besser aus. Oh, jawohl. Schön, schön, schön. Jawohl. Jawohl. Na, nee. So nicht. So nicht, Junge. So geht's aber mal gar nicht. Ja, nee. Nee, 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 nee. Vorsicht. So. Yes. 3-2. Komm, wir kommen jetzt zu Brasilien gleich. Jawohl. Was denn? Willst du mich verarschen? Den musste ich jetzt hin und her... Mh... Na, 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 na. 4-3. 4-3. Come on. Kein Bock auf Sudden Death. Wir müssen jetzt das über die Zeit bringen. Boah. Sun Death. Geil. Wir machen jetzt ein Tor. Nein, Sun Death. Mist. Wir riskieren mal wenig. Nein. Und das war unser Verhängnis. Verloren. Mist. Oh, Junge, Mann. Das darf jetzt nicht wahr sein. Ich habe keinen Bock mehr. Jetzt machen wir Survival. Stage 1. Gegen... Tschechoslowaka... Ne, so hieß das Land früher. Tschechien ist es, ne? Tschechien. Boah. Na, Mist. Ach, ich muss nur ein Tor machen, um zu gewinnen. Das ist ja einfach. Wen haben wir jetzt als Gegner... Ist das Vietnam? Ja, glaub schon, ne? Okay, ein Tor müssen wir machen, um zu gewinnen. Und ein Tor... ...um zu verlieren. Mist. Mist. Jetzt kommt Österreich. Oh Gott, Österreich ist stark. Ja, beide haben nur ein Leben. Come on. Ah, ja, der ist gut. Der ist gut gewesen. Mann. Schade. Ein bisschen mehr anlüpfen, den Ball. Dann könnte es was werden. Ja, ja, ja. Jetzt haben wir Österreich besiegt. Nein. Was... Planst du jetzt nicht ernsthaft? Oh, der... Regt mich auf. Ja, wieder verloren. Geil. Mann. Ich fail die ganze Zeit. Wer kommt jetzt? Oh, das Land kenne ich gar nicht. Taiwan? Keine Ahnung. Boah. Ich will jetzt endlich mal ein Tor machen. Ich will jetzt mal gewinnen, ey. Ja. Na, wenn sie ein eigenes Tor macht, ist ja gut. Come on. Ja, 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 nee. Oh Gott, was macht denn die jetzt? Krank. Krank? Was ist denn das? Jetzt habe ich langsam keinen Bock mehr, Junge. Jetzt verlieren wir ja die ganze Zeit. Oh Gott. Jetzt gegen den Anime-Charakter spielen. Der ist sich selbst eliminiert. Ja, moin. Lel, oh Gott. Jetzt kommt die USA wieder. Jetzt habe ich drei Leben. Interessant. Jetzt habe ich drei Leben und eher nur ein Leben. Interessant, dass ich jetzt mehr Leben habe als vorher. Ja, nee, 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 nee. Junge, nee. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Jawohl, wir haben gewonnen. Der dritte Gegner ist... Kamerun. Okay. Eigentlich auch machbar, aber warum hat der so einen Helm? Den brauchst du nicht. Den brauchst du nicht, Junge. Den brauchst du nicht. Oh nein. Nein. Na, Mist. Aber wir haben noch zwei Leben. Ich habe noch zwei Herzen. So, oder zwei Fußbälle. Je nachdem, wie man will. Yes. Level 4. Stage 4, genau. Argentinien. Ja, mit dir habe ich eh noch eine Rechnung offen. Mein Lieber. Gemeiner. Die habe ich eh noch eine Rechnung offen. Im Arcade-Modus. Ja, ja, ja. Also, du kriegst jetzt auf jeden Fall was zu spüren. Wenn ich verliere, dann trete ich dich halt. Ein paar Mal. Oh, nee. Alter, wenn der mich jetzt rauskickt. Ach, das wurde wieder auf drei Leben erhöht. Okay. Sonst wäre ich jetzt raus gewesen und... Ach, nee, stimmt. Ich habe gegen, ähm... Argentinien schon gewonnen im Arcade-Modus, ne? Ja, stimmt. Okay, dann war das halt jetzt die Rache von Argentinien. Ja, moin. Nochmal gegen Italien jetzt zum Abschluss. Und dann beende ich das Video. Mann! Ärgerlich. Aber da war ich gar nicht mal so schlecht, ne? Da war ich gar nicht so schlecht. Du bist schuld, Italien. Du bist schuld. Na. Na, 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 na. 1-0. Das haben wir jetzt schön erkämpft. Zack. 2-0. Boah, Italien. Jawohl. Jetzt gehen sie unter. Arrivederci, Italia. Ach, Mann. Ja, komm, noch haben wir nicht gewonnen. Aber es könnte was werden. Digga. Yes, 3-1. 20 Sekunden noch. Zwei Tore Vorsprung. Drei Tore Vorsprung. Jawohl. Die Powerattacke wieder abgewehrt. Und, oh, der geht nicht rein. Und, jawohl. Jawohl, wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Es ist das 5-1. Nicht ganz. Okay. Boah, okay, Vorsicht. Jawohl, jetzt 5-1. 5-1. Jawohl. So wie sie uns vorher fertig gemacht haben, so machen wir sie jetzt fertig. Okay, nicht ganz. 5-2. Ja, das halten wir jetzt. 5-2 gewonnen. Damit kommt als nächstes Brasilien im nächsten Video. Freut euch drauf. Oh, 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 oh. Wie ernst der schon schaut. Das wird lustig. Ich schalte das nächste Mal wieder ein. Dann sind wir beim 17. Nee, 17. Gegner sind wir gar nicht. Ich hab keine Ahnung. Äh. Ah. Da sind alle eingeblendet. Interessant. Na, da kommt Deutschland. Okay. Warum mit der blauen Frisur? Und das Alien. Oh Gott, das ist auch nochmal anstrengend. Schaltet das nächste Mal wieder ein bei Headsocker. Ciao.